Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute steht mein Lieblingsthema auf dem Plan, deutsche Redewendungen. Ich mag Redewendungen, weil sie bildlich sind und oft für sich sprechen. Aber manchmal haben sie überraschende Bedeutungen. Und da sie zum täglichen Gebrauch gehören, sollte man sie unbedingt kennen. Heute lernen wir einige Redewendungen, in denen 15 Tiere die Hauptdarsteller sind. Los geht's! Eine Gänsehaut haben oder bekommen. Weißt du, wie die Gänsehaut aussieht? Etwa so. Wir Menschen bekommen auch eine Gänsehaut als Körperreaktion auf bestimmte Reize, zum Beispiel Kälte oder wenn wir Angst haben oder zum Beispiel, wenn wir tief berührt sind. Ich bekomme eine Gänsehaut, wenn ich gute Musik höre. Und wovon bekommst du eine Gänsehaut? Schmetterlinge im Bauch haben. Ich habe Schmetterlinge im Bauch. Das sagt man oft, wenn man verliebt oder aufgeregt ist oder wenn man sich über etwas besonders freut. Man spürt ein Kribbeln im Bauch. Das sind Glückshormone. Es fühlt sich an, als hätte man wirklich Schmetterlinge im Bauch. Hundemüde sein bedeutet sehr müde, erschöpft sein. Diese Redewendung hat wahrscheinlich damit zu tun, dass Hunde sehr viel schlafen. Ungefähr 18 Stunden am Tag. Wer hundemüde ist, hat meistens etwas Anstrengendes hinter sich und will sich ausruhen. Ein Beispiel. Heute war ein anstrengender Tag. Ich bin hundemüde und freue mich aufs Bett. Das bedeutet, ich bin erschöpft und kann es kaum erwarten, schlafen zu gehen. Hamstern. Was bedeutet das? Das ist ein Hamster. Was machen die Hamster normalerweise? Sie bewahren ihre Nahrung in ihren Backentaschen auf und lagen diese später in ihrem Bau. Die Menschen hamstern, wenn sie Waren in großen Mengen einkaufen, um Vorräte zu haben. In diesem Fall spricht man auch von Hamsterkäufen. Ich denke, wir alle erinnern uns noch an den Anfang der Corona-Pandemie, als die Menschen Toilettenpapier in großen Mengen eingekauft haben. In diesem Fall kann man sagen, sie haben Hamsterkäufer gemacht oder sie haben gehamstert. Wasserrate sein. Eine Wasserrate ist jemand, der schwimmen oder baden mag und sehr viel Zeit im Wasser verbringt. Zum Beispiel. Mein Sohn ist eine echte Wasserrate. Er kann stundenlang schwimmen. Leserate sein. Eine Leserate ist eine Person, die sehr viel liest. Zum Beispiel. Michaela liest mindestens zwei Bücher pro Woche. Sie ist eine echte Leserate. Einen Bärenhunger haben bedeutet einen besonders großen Hunger haben. Ein Bär ist ja ein großes Tier. Er hat einen großen Magen und kann sehr viel essen. Außerdem braucht er auch einen Winterspeck für seinen Winterschlaf. Ein Beispiel dazu. Ich war den ganzen Tag wandern, ohne etwas zu essen. Jetzt habe ich einen Bärenhunger. Bärenstark sein bedeutet sehr kräftig, sehr stark sein. Zum Beispiel. Durch das Krafttraining fühle ich mich bärenstark. Jemandem einen Bären aufbinden bedeutet jemanden anlügen. Die Lüge ist aber so offensichtlich, dass sie bald aufliegen wird. Zum Beispiel. Willst du mir schon wieder einen Bären aufbinden? Ich weiß, was du gemacht hast. Adlerauge oder Adleraugen haben. Das ist ein Adler. Wie allgemein bekannt, kann dieser Vogel sehr gut und weit sehen. Wenn wir sagen, dass ein Mensch ein Adlerauge hat, bedeutet das, dass er tatsächlich gut sehen kann und jedes Detail wahrnehmen kann. Dieser Mensch ist also aufmerksam und scharfsichtig. Zum Beispiel. Unser Mitarbeiter sorgt mit seinen Adleraugen für fehlerfreie Werbetexte. Oder. Ich bitte immer meinen Bruder, meine Hausarbeit zu prüfen. Er hat Adleraugen. Einen Vogel haben bedeutet verrückt sein. Das sagt man oft zu Menschen, die etwas Dummes tun oder erzählen. Zum Beispiel. Was tust du da? Hast du einen Vogel? Einen Frosch im Hals haben. Was macht ein Frosch im Hals? Wenn der Hachen trocken ist, sodass einem die Stimme wegbleibt und man sich ständig räuspern muss, ähm, 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 sagt man, ich habe einen Frosch im Hals. Schlau wie ein Fuchs Füchse sind sehr intelligente Tiere. Daher sagt man über einen schlauen Menschen, schlau wie ein Fuchs. Und wenn mal jemand auf eine schlaue Weise sparsam ist, nennt man einen solchen Menschen einen Sparfuchs. Angsthase sein Jemanden, der ständig Angst vor allem hat, nennt man Angsthase. Das kann ich gut nachvollziehen. Ein Hase ist sehr scheu und bei einer Bedrohung läuft er ganz schnell weg. Ein Beispiel. Oh, ich habe Zahnschmerzen, aber ich will nicht zum Zahnarzt gehen. Sei doch kein Angsthase. Oder Sportklettern ist nichts für Angsthasen. Wenn jemand schon lange in einem Gebiet arbeitet und daher sehr erfahren ist, ist er oder sie ein alter Hase. Zum Beispiel. Wenn du Fragen hast, kann Thomas dir bestimmt weiterhelfen. Er ist seit 20 Jahren dabei und gehört zu den alten Hasen. Du kennst bestimmt dieses Tier. Das ist ein Wiesel. Die Wiesel bewegen sich flink. Das bedeutet sehr schnell, rasch, geschickt. Über einen Menschen, der etwas rasch und geschickt macht, sagt man, er oder sie ist flink wie ein Wiesel. Oder eben Wieselflink. Zum Beispiel. Dieser Fußballspieler ist Wieselflink. Oder Unsere Mitarbeiter verpacken die Bestellungen Wieselflink. Wie ein Elefant im Porzellanladen sein. Diese Redewendung ist sehr bildlich und spricht für sich. Was würde wohl passieren, wenn ein großer Elefant einen Porzellanladen betreten würde? Das Porzellan wäre sehr schnell zerstört. Wer sich also wie ein Elefant im Porzellanladen benimmt, ist ungeschickt, tollpatschig oder taktlos, sodass sogar Schaden durch dieses Verhalten entstehen kann. Zum Beispiel. Thomas ist immer sehr direkt. Er sagt, was er denkt und benimmt sich dabei wie ein Elefant im Porzellanladen. Aus einer Mücke einen Elefanten machen bedeutet dramatisieren. Aus einer Kleinigkeit etwas Wichtiges machen. Zum Beispiel. Oh nein, meine Tasche ist kaputt. Die Welt geht unter. Mach doch aus einer Mücke keinen Elefanten. Das ist bloß eine Tasche. Oder es ist so kompliziert, mit Thomas zu sprechen. Er macht immer aus einer Mücke einen Elefanten. Weder Fisch noch Fleisch bedeutet nichts Eindeutiges, etwas Unbestimmtes, eine halbe Sache. Zum Beispiel. Deine Aussage ist weder Fisch noch Fleisch. Entscheide dich für eine Seite. Wie ein Fisch im Wasser. Wer sich wie ein Fisch im Wasser fühlt, fühlt sich sehr wohl. Fische leben ja im Wasser. Zum Beispiel. Im neuen Team bin ich wie ein Fisch im Wasser. Die Katze im Sack kaufen. Diese Redewendung ist sehr alt. Früher wurden die Käufer auf den Märkten oft betrogen. Sie haben zum Beispiel ein Ferkel bezahlt. Die Händler haben ihnen aber eine Katze in den Sack gesteckt, die nichts wert war. Die Käufer haben also nicht das bekommen, wofür sie gezahlt haben. So ist diese Redewendung entstanden. Die Katze im Sack kaufen bedeutet also etwas kaufen oder sich auf etwas einlassen, ohne es vorher zu prüfen. Zum Beispiel. Bist du dir sicher, dass du diese Kamera willst? Lass dich doch von einem Experten beraten, sonst kaufst du noch die Katze im Sack. Katzensprung bedeutet, dass etwas sehr nahe liegt, nicht weit entfernt ist. Zum Beispiel. Willst du zu Alex mit dem Auto fahren? Er wohnt doch nur einen Katzensprung von hier entfernt. Gehen wir lieber zu Fuß. So, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass mein Video dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.